Hier präsentieren wir die 5 beste Mikrowellen-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kekodek Single Microwave Mikrowelle ohne. Die Kekodek 12333 Mikrowelle ist ein Werkzeug eines weniger bekannten Anbieters, der jedoch solide Mikrowellen auf den Markt bringt. Dieses Design hat einen Stromverbrauch von 700 Watt und ist einfach zu bedienen. Es gibt insgesamt 6 Leistungsgrade und auch eine Innenseite, die 20 Liter fasst. Es gibt jedoch kein automatisches Herunterfahren dieses Gadgets. Mit einem Gesamtgewicht von 10,5 Kilogramm gehört die Kekodek Mikrowelle zu den Leichtgewichten der Mikrowellen. Wie verschiedene andere Mikrowellen-Designs eignet sich diese Mikrowelle für schnelle Minuten-Mahlzeiten zusammen mit für schnelles Auftauen von Lebensmitteln. Nummer 4. Sharp R 642 PKW 2 in 1 Mikrowelle. Der Sharp R 642 PKW 2 in 1 Mikrowellen-Hirt hat einen Energieverbrauch von 800 Watt und eine Leistung von 20 Litern. So ist es nicht nur in der Lage, schnelle Rezepte zuzubereiten, sondern auch aufzutauen und auch zu kochen. Insgesamt berücksichtigt die Mikrowelle 11,4 Kilo und ist freistehend. Welche Art von Küchengeräten Sie auch immer haben, es integriert perfekt in jedes Kochbereichssystem. Das Gadget ist mit einer Grillfunktion ausgestattet, die online betrieben werden kann, einen LED-Bildschirm hat und besonders ideal zum schnellen Kochen von Gerichten ist. So können Sie entweder Ihr Essen bis knusprig braten oder sogar gratinierte Gerichte darin machen. Voreingestellte automatisierte Programme erleichtern Ihnen die Vorbereitungsarbeit erheblich. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Severin MW 7875 2 in 1 Mikrowelle. Das Gerät verfügt über insgesamt 2 Drehregler für 9 Leistungsgrade und eine Zeit, die mit einem integrierten akustischen Signal erstellt wird, was die Bedienung erleichtert. Der Innenraum hat einen Durchmesser von 24,5 cm, darunter befindet sich ein Drehtisch und auch ein Grillrost. Ein Auftauprogramm, das nach Gewicht und Zeit arbeitet, macht bestimmte effizient zubereitete Lebensmittel. Auch die Severin Mikrowelle kann sich mit ihrem eleganten Stil verzahnen. Es verfügt über eine lackierte Kunststoffimmobilie mit Edelstahlanwendungen. Als lackierter Garraum mit Innenbeleuchtung. Das hochwertige Design ist, einfach aufräumen mit einem feuchten Handtuch. Sie können auch die Drehscheibe für die Reinigung zu beseitigen. Nummer 2. Samsung MG23 F301 EAS EG Grill Mikrowelle Mit seinen 230 Volt, ist dieses Gerät ziemlich effektiv. Darüber hinaus bewertet das Samsung Design beachtliche 12 kg und ist freistehend. Erhältlich in Schwarz oder Silber, passt die Samsung Mikrowelle zu jeder Art von Kochbereich. Seine Keramik und auch Emaille innen ist besonders einen genaueren Blick wert. Das Gerät ist dank der keramischen Emailleabdeckung leicht aufgeräumt. Sie können Fett und Öl bequem mit einem nassen Tuch ausreiben. Darüber hinaus wird das beschichtete Innere besonders haltbar berücksichtigt und Kratzer finden trotz intensiver und auch täglicher Anwendung nicht statt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sharp R242 BKW Solo Mikrowelle Die Sharp R242 BKW Mikrowelle des beliebten japanischen Küchengerätelieferanten hat eine Leistung von 20 Litern und ist mit 230 Volt und einer Leistung von 800 Watt ausgestattet. Diese Version eignet sich zum Auftauen, Kochen oder Aufwärmen von Gerichten. Darüber hinaus verfügt die Sharp R242 BKW Mikrowelle über 6 Programme sowie 5 Leistungsstufen, so dass Sie immer das beste Programm für die exakte Zubereitung Ihrer Menüs auswählen können. Die verschiedenen Auftauprogramme sind zusätzlich perfekt, da das Gerät ständig die ideale Auftauzeit empfiehlt, um sicherzustellen, dass Ihr Essen zeitgesteuert aufgetaut wird. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.